Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, lass mir auch Ruhe hier. Ich bleib jetzt einfach stehen. Oder ich fahr einfach irgendwo lang. Warte mal, wo muss ich jetzt sagen? Ich muss nach oben. Kann ich jetzt durchfahren? Während des Angriffs achten die Leute vielleicht gar nicht so da drauf und dann... Ja doch. Das Ding da muss ich töten. Zack. Oder so irgendwie. So, dann haben wir hier ja mal Kisten mit Geld. So, schön her mit dem ganzen Geld. So, wo bin ich jetzt hier? Ich bin jetzt... Hier bin ich jetzt. Hier. Aber da kann ich auch rein, Leute. Da will ich auch rein. Also gehen wir rein. Plünderer's Höhle 2. Oh ja, das kann was werden hier. Es gibt nämlich vier Plünderer-Höhlen im Spiel. Da können wir Perlen bekommen. Ja, die nehmen mir jetzt Geld ab. Aber wenn ich ihn verfolge und nicht locker lasse, dann bekomme ich praktisch auch noch eine Perle. Und so kann man halt insgesamt durch die Plünderer vier Perlen bekommen. Bei Xbox Live gibt's auch einen Erfolg, wenn man alle Plünderer stammt. Aber das hat ja nun nicht zu interessieren. Also ich hab auch schon alle Erfolge geholt und... Ich glaub, wenn man auf beschäftigt stellt... Also ich bin auf beschäftigt gestellt, dass jetzt irgendwie nix stört, wenn jetzt, sag ich mal, jemand online kommt. Das würden wir ja sonst immer als Meldung bekommen. Und ich denk mal, wenn man beschäftigt gestellt ist, kriegt man auch die Erfolge nicht mit. Ja, mal sehen. Ich werde jetzt in Zukunft eventuell auch öfter von der Xbox aufnehmen. Ja. Das wäre natürlich total geil. Aber ich muss grad sagen, das läuft eigentlich echt gut. Ich bin gut dran und so. Ja, dann kommt mir nicht zu doll. Ich weich den Pfeilen gut aus. Ich muss halt nur... Oh na, bis jetzt hab ich noch keinen Schaden gekriegt, das ist gut. 500-Mżّ… Och. Du hast mich festgelangert, David. Nimmst den Sie den 해주ert vor! Ah genau, ich muss ihn überhaupt kaputt schießen. Nein! Nonno, ja. Testайте distinguished Petraria. Eine kleine Sk poetry? Diets mit 11. Mit der eigenen Peaubergreise. Ist das schön. Perlnum 18. Plünderer ist Beute. Yeah. Dann wird man auch noch automatisch nach Hause gebracht. Das ist halt nicht geil. Aber ich muss mal jetzt gucken auf die Karte. Denn ich glaube, zumindest in einer Plündererhöhle komme ich immer noch. Ne, ich gehe mal kurz hier lang. Ich möchte das jetzt einfach mal schnell herausfinden, Leute. Also nimm es mir nicht übel. So, hier. Genau, da ist die nächste Höhle. Da werde ich jetzt auch noch schnell hin. Ich habe da richtig Bock drauf, ja. Die Plünderer hier schön fertig zu machen. Nö, und rein. Und rein da. Plünderer ist Höhle 1. Genau. Dann haben wir gleich die 1 und die 2 fertig. Dann können wir warten mit der 3 und 4. Also wenn ich die zweite geschafft habe, dann sollte das hier kein Problem sein, das erste auch zu schaffen, ne. Von daher. Ja, ja. Das ist ein bisschen hier. Das hat mir hier abknüpft. Ja. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Na klar sieht es gut aus. Ja, nein, 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 nein. Wie ich ihn hier einfach die ganze Zeit verarsche. Der hat gar keine Chance, ne. Superjet. Vergehe sie nicht auf den Augen. Boah, verdammt. Ich hätte die Kisten nicht kaputt schießen sollen. Die haben mir gerade leicht die Sicht vernebelt. Yeah, yeah. Wow. Komische Olimine. Da muss man auch aufpassen, ne. Ja. 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 Ich glaube, man merkt, dass ich mich hier etwas mehr konzentriere beim Hoppercraft-Fahrt. Das ist ja fast wie so ein Rennen. Ja, dass ich mich hier so ein bisschen mehr konzentriere, denn ich quatsche gar nicht mehr so viel. Yeah. Das war doch mal awesome. So, und jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihn totschießen. Zack, tot. Und Perle Nummer... Ach, das ist Perle Nummer 3, ne. Ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. So, habe ich hier alles geholt. Können wir los. So, ich würde sagen, jetzt mache ich mich auch wirklich auf, ähm, zu dem Dings, wo ich als nächstes hin muss. Oder nicht? Keine Ahnung. Ich muss mal nochmal... Lass mich mal nochmal gucken. So, was haben wir denn? Perlen. Eventuell hier geradezu noch. Da will ich mal noch gucken. Vielleicht komme ich da auch gleich schon hin und dann ist da vielleicht sogar irgendwas zu machen. Und dann... Na, ihr wisst schon. Einfach mal Lucky Lucky machen. Und... Ja, Plündererhöhle 3, so wie es aussieht. Ne, Voraxhöhle. Wie... Voraxhöhle? Was? Ich kann ja einfach mal gucken, was hier so ist. Ne... Nein... 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 Okay... Ne, das ist jetzt interessant. Das ist jetzt zwar nicht storymäßig. Ist, ich sag mal, Nebenquest-mäßig, aber... Man kann ja... Oh! Geil! Ach, falls ihr euch wundert, warum ich Paige jetzt irgendwie nix zum Heilen gebe oder so. Oder kein Herzerweiterungsding. Eigentlich braucht er das nicht. Was sind denn hier für süße Viecher? Bufo Erectus. Perfekt. Ich dati... Okay, okay. Muss ich mal gucken. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Erstmal hier Paige mach mal auf. Na gut. Dann kann ich ja in der Zeit mal schnell gucken. Moment mal, ich hab ja gar... Aber hier gibt es auf jeden Fall irgendwas zu holen. Muss ja. Vor allen Dingen, jetzt kommen wir hier rein. So, Paige, lass uns mal Loki-Loki machen. Ein Perlenkrochhax. Ach, du kacke, meine kleinen Kumpels. Und zack, gib mir Geld. Ja! Das hat wohl nicht ganz so gut klappt, wie es klappen wollte. Zack! Genau, das wollen wir. Und zack, weg mit dir. Au! Na gut, ich hab mittlerweile so viel Energie. Das ist mir eigentlich fast egal. Wenn die mich irgendwie ein bisschen doll angreifen oder so. Und zack, der ist auch weg. Ja, ich geh einfach mal weiter. Ach Mensch, mein Kumpel, der hat ja noch Probleme. So, Geld. Ah, da gibt es ja auch noch Geld. Sehr schön. Oh, Mist, jetzt hab ich ihn weggehauen. So, hier kommt nichts mehr hoch. Geh mal weiter. Ein Perlenkrochhax. Mann, jetzt kommt der... Was ist denn mit euch los? Ja, du kommst mal hier lang, so. Genau, perfekt. Und zack! Alles klar, jetzt dürfen wir aber eigentlich keine neuen mehr. Komm, Mann, weg mit dir. Tschüss. Ach, Mann, ist mir jetzt auch egal. Jetzt gelangt, Mann. Mensch, ich geh da gar nicht hin. Oh, ich wollte doch gerade... Und zack! Jetzt schluck doch mal. Dämliche Quallenviecher hier. Sag wann! Los, na. Na, nochmal. Zack! Zack! Da gibt es Geld. Oh, ja, schön viel Geld. Alles schön. Hier, die Korachs, die hab ich ja eigentlich schon alle hier filmen, ne? Ja. Na, komm mal her, hier. Hör! Zack! Bam, 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 bam! Ja, ich muss nochmal andere Seite lang gehen. Wegen, äh... Na, wegen dem Ding, was ich da so dingsen wollte, ne? Und zack! Ja, na, ein bisschen Geld schadet nicht, Leute, ne? Also, nicht meckern, wenn ich hier irgendwie... Und zack! Bam! So, jetzt können wir aber lang. So, hätte ich als vorher aus. Dann hätte ich jetzt nicht... ...bein eine halbe Minute verschwendet. Guck mal, hier ist schon wieder so ein Ding hier, so. Hup. Hat man denn ne Cecilia oder Alicia oder so hieß die, ne? Ja, 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 guck mich die so an, du. Zack, 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 und... Bum! Ja, wir sind reich. Wirf ruhig alle deine Perlen vor die Säue. So, 12 Perlenkochax. Geil, geil. Das war's dann wohl hier. Ja, Leute, haben wir ne kleine extra Perle bekommen. Ich wollte grad irgendwie ein komisches Wort sagen. Bücke, gucke, was... Äh, naja, manchmal dann sagt man beim Let's Play Troll merkwürdige Sachen. Zack, 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 zack. Hot Band. Aber wir gucken uns mal unseren neuen Angriff an, hier. Wir haben ja so ein... Ach, fuck, jetzt kann ich... Ach, da ist ja einer. So, da, wir haben ja jetzt so die Auflagen. Und zack, bam, bam, bam. Machen wir noch ein paar Feuerwellen. Und dann wirbel, Dings, da. Das ist doch gut. Und tschüss. So, wir können raus. Wir haben hier alles erledigt. Meiner Meinung nach. Wir können ja gleich, wenn wir draußen sind, nochmal gucken. Ach, wir können ja einfach jetzt gucken. So, Perlen, hier ist nichts mehr. Gut. Kann man euch treten oder so? So, wird so bam, voll weggekickt. Aber es geht nicht. Leider. Ich gehe jetzt einfach nach Hause... Nicht nach Hause. In Servercraft. Und dann fahren wir aber wirklich dahin, wo wir hin müssen. Außer auf dem Weg finden wir noch irgendwas richtig Geiles. Dann sei uns verziehen, wenn wir doch nicht ganz so machen, wie wir wollen und sollen. Aber lasst uns mal sehen. Wissen wir noch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich muss auf jeden Fall hier lang. Guck mal, wenn ich da links fahre, dann gibt es auch wieder was zu holen. Also irgendwo da. Na egal, wir fahren jetzt nur zum Ziel. Das geht ja nicht, ey. Immer kommt was dazwischen. Geld Oh, seht euch das an Da fliegt Ener Den will ich fotografieren Ich will ihn fotografieren Das ist doch voll geil Da ist er Ein Manta Zyanea Geil, Mann So, das sind glaube ich andere Skorpionfische Ne, doch nicht Das wären aber richtig geile Fotos gewesen jetzt So, ich bin jetzt hier Mal gucken, da gibt es ja auch noch so viele Perlen Und da drinnen Da, wo ich jetzt wirklich hin muss Da gibt es auch noch mal ganz viele Das macht mir ein bisschen Angst Da muss ich wahrscheinlich viel suchen und so Aber egal Das wäre so ein Ding Sogar diesen Weg haben Sie gesperrt Danke für Ihre Kooperation Ja, danke für die Kooperation Bäm, totgeschossen So, Fabrikeingang Jetzt geht's los, Leute Jetzt geht's los Da ist jetzt unser erster richtiger großer Dungeon Sozusagen Also unser erster richtiger Unser richtiges Na, böses Ding halt Mal gucken, ein Borax und zwei Korax Und die arbeiten alle zusammen Was soll denn jetzt Das sind doch verschiedene Arten Hört auf, euch gegenseitig zu unterstützen Hier kann Page glaube ich nichts machen Aber da oben können wir lang Ah ja, genau Das ist doch sogar so ein Ding Ja, das ist der Code Den wir vor ein paar Tagen entziffert haben Ich schicke ihn euch So, Nachricht Bist du schon da, Shoni? Vergiss nicht, dass die Gouvern... Ja, das ist klar Jetzt müssen wir gleich wieder eine Nachricht bekommen Genau Wenn er ihn nicht geändert hat Lautet er immer noch Viel Glück X8C8 Da war ja schon X X8C8 Bestätigt Aber Leute, das ist so geil Jetzt kommen wir hier endlich rein Ah, das wird gut Aufzugraum